Die WI 2017 war mit fast 800 Teilnehmenden und einer aktiven Community ein voller Erfolg. Die WI bot ein abwechslungsreiches Programm mit täglichen Keynotes. Auch konnten wir zahlreiche Neuerungen umsetzen, wie zum Beispiel einen neuen Begutachtungsprozess mit schnellerem, qualitativ hochwertigem Feedback, neue Formate wie der Prototype Session mit innovativen Lösungen sowie dem CIO-Dialog mit interessanten Impulsen von Top-Entscheider. Zusätzliche Möglichkeiten zum Austausch, wie wir ihn mit dem Academic Networking, den er eingeführt oder den Papp-Core durchgeführt haben, fand ich besonders gelungen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.